Hier ist VWizard The Channel. In diesem Video zeigen wir dir, wie du ohne Premium Spotify-Werbung entfernst und Spotify-Songs anhörst. Vorbereitungen VWizard Spotify Music Converter Ein Computer Öffne zuerst den VWizard Spotify Music Converter und die Spotify-App öffnet sich automatisch. Hier kannst du direkt Spotify-Songs, die du genießen willst, in das Programm ziehen. Oder du kopierst zuerst den Song-Link aus der Spotify-App und danach ihn in die Suchleiste einfügen, um Spotify Musik zu laden. Gehe oben rechts zum Menü und klicke auf Einstellungen, dann auf Konvertieren. Hier kannst du bei Bedarf die Ausgabeformate, Kanäle, Bitrate und Abtastrate auswählen. Nun klickst du unten rechts auf Konvertieren. Dann werden diese Spotify-Dateien auf dem lokalen Computer gespeichert. Jetzt hast du alle geladenen Spotify-Songs auf dem Computer erhalten. Und du kannst nach deinem Bedürfnis sie auf anderen Geräten übertragen, um ohne Werbung offline anzuhören, wie USB-Stick, SD-Karte, MP3-Player, etc. Danke fürs Zuschauen.